whisky jason hier aus der sicht eines amerikaner aus heute in irland heute bin ich bei teeling whisky sultan wine cask small batch serie 46 prozent non chill filtered kein farbstoff hinzugetan sehr sehr gut allerdings hier drauf steht auch zurecht irish whisky und nicht single mal irish whisky dessen blend und laut meiner ansagen oder angaben die ich gefunden habe online ist es tatsächlich 80 prozent single malt also 80 prozent single grain und 20 prozent single malt whisky base nummer 176 973 und was wir haben ist etwas ich habe die flasche selbst aus der niederlande ist eine belalux abfüllung angeblich irgendwie also ich finde dass in den niederlande in belgien auch frankreich irgendwie schweden auch noch einmal polen aber was ich nicht wusste ist ich dachte dass es der bordeaux region in frankreich geben ich dachte es gäbe ein sauterne region aber offenbar ist das hier von mir forsch gedacht denn auf der rückseite steht hier drauf also unsere wo ist das hier unser zweiter abfüllung hat einen fokus auf sorternewein als der aus der region bordeaux in frankreich und fängt damit die einzigartige am einfluss von diese ex weiß dessert wein fässern und spielt weiter bei unserer reifung in unserer flagship in unserer prestige reihe als baubach blend benutzen sie das wort blend hier gut also sehr sehr schön wie viele flaschen ist es 600 6000 60.000 keine ahnung womit möchte ich es vergleichen also ich habe jetzt hier ausgewählt der glennalachie zwölf jahre alt in den video zu den automaten zwölf habe ich das hier mit verglichen ich dachte diesen mal vergleichen da mit der glennalachie 12 in sauterne ja sauterne ist etwas was ich halbwegs gut finde um ehrlich gesagt ist nicht mein liebling aber ist schon etwas was einzigartig einfach für mich zu erkennen ist ob blind werde ich meistens nicht immer blind tasting macht einen demütig und wenig stolz also meistens werde ich das schon herausschmecken können ja also sehr viel green whiskey dadurch kommt hell ein bisschen mehr hier von der sauterne dadurch kommt also die fest und hier waren eindeutig ein bisschen nasser ja auch nach meiner angaben online wurde der single grain wie auch das single mold hier gereift in ex bourbon fässern fünf bis sechs jahren bekam es anschließend auch eine 3,5 jahre lange finish in dieses sauterne fässern damit ist eine fünf bis neun jahre gesamtreifung gab es ist ein bisschen staubig was sie an der nase habe staubig also wer schon einmal ein single grain hat der weiß dass ein bisschen mais staub gebe denn da das malzig langsam kommt dieses sauterne momente hier durch es ist relativ gut ausgewogen zwischen fast und zwischen distillerie charakter hier wobei tiering kann keine eigene grain produzieren sondern nur single mold an der bad stills und das wurde wahrscheinlich gar nicht wenn es da schon sechs jahre alt gar nicht produziert in dublin es wurde es war in irland produziert aber nicht in dublin die erste flaschen davon kommen langsam aber sicher auf dem markt markt aber vieles was wir vom teeling bisher hatte war eingekaufte coolie eingekaufte bush mills eingekauften mittelton zusammen gemixt und da 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 was wir hier haben gut glenn anachie zwölf jahre sauterne wesentlich intensiver wehner wesentlich reiner wesentlich schöne auch ein bisschen mehr honig momente honig melone da drin 46 46 46 prozent no age statement zwölf jahre single mold scotch blended irish whisky 46 euro ungefähr 64 euro da ist immer wieder die frage was man haben will tschüss okay der wirkt ein bisschen jung und er wird ein bisschen scharf diese green du kommt durch jetzt kommt eine sauterne moment schön wissen süß bisschen säure ein bisschen trocken nicht so süß kann man trinken was ich eigentlich tun musste wäre wieder eine flasche von teeling small batch zu kaufen denn das wurde nachgereicht nur rum fessern um das damit zu vergleichen werde optimalere vergleiche ja habe ich momentan nicht ich habe gerade der tiering single mold nachgekauft aber ich habe da vergessen auch der small batch nach zu kaufen muss ich mal irgendwann machen vieles macht tiering richtig aber die werden jetzt hier meiner meinung nach eine eine stolper einer wie heißt der stolper strecke ist nicht richtig eine holprige strecke vor sich haben während der transition werden während der übergang hier zu deren eigenen juice das was sie in den lagerhallen haben ist zum teil jetzt ein bisschen älter geworden weil halt eben schwierig ist nach neues zeug nachzukaufen coolie gibt es praktisch nicht mehr das wird die verkaufen das nicht an teeling bush mills gehört mexikaner die verkaufen das auch nicht an teeling benutzten hat sowieso kaum was im teeling verkauft wo man jetzt whisky kriegen kann es great northern distillery das ist papa das ist der john teeling hier auf der unterschrift steht hier jack teeling der sohn da kriegt man sein green her da krieg sei sein maut her aber das zeug ist auch vier bis fünf jahre erst alt und diese lücke dazwischen wird schon schwierig sein auch das mit übergang gut immerhin zu kriegen ja also eher ein dreier whisky tendenz drei minus letztes mal zwei tropfen wasser hier rein und dann gehen wir zur preis leistung preis leistung 46 finde ich immer noch ein bisschen viel dafür wenn man über diese hinweg schauen kann von der schärfe dann kommt eine cremige butterige moment wissen pfeffer wissen süß wissen säure wissen reiche dann kann man sagen diese whisky ist okay also drei tendenz richtung drei minus verständlich nicht so sein aber preislich 46 euro auch da er ein drei minus hier nicht unbedingt der beste whisky der welt aber eine interessante whisky es gibt leute da draußen die einfach irisch freaks sind wenn es eilisch ist kaufen sie das kann man mit gutem gewissen dafür kaufen wer allerdings nach einer saltern geprägte whisky sucht ist wahrscheinlich mit glenn orange anektor der ohr einfach besser aufgehoben ist vielleicht denn da mit einem kleinen archie hier besser aufgehoben viel mehr saltern einfluss auch da diese 100 prozent single mode ist einfach ein ganz anderes feeling an gefühl im mund auch mund gefühlt ist anders man schon führte superschön muss man natürlich auch so etwas mögen gut das war mein vergleich für heute also ein 3 tendenz 3 minus preislich sind wir auch bei der 3 minus tendenz 4 plus teeling ja liebe und ab und zu mal ein bisschen so ärgert mich teeling denn da mit deren pseudotransparenz aber das ist eine andere geschichte wer mehr darüber hören wir gehen mal zu der die flasche habe ich noch her zu der teeling birthday badge wo kein fünfjährige alte whisky da drin obwohl fünf jahre hier drauf steht also das ist ganz was anders aber gut 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 so ist das auch keine fast stärker und so weiter bin ich nachtrag nein bringe ich sachen aus der vergangenheit einfach ein bisschen hervor manchmal ja okay reichen abonnieren da in meiner whatsapp flaschenteilung gruppe werden dort wurde das gänzlich verteilt das wurde dort gänzlich verteilt der link ist unten in der beschreibung es gibt mittlerweile drei gruppen davon und ein viertel für meine super fans die zuerst immer eine stunde vorsprung darauf haben so von daher so ist das wenn wir ein paar viele leute haben die gerne auch dabei mitmachen wollen ich bedanke mich wir sehen uns jeden tag 17 und 30 und sonntagabend 21 uhr bis dahin so